Guten Tag, liebe Freunde, ich grüße euch. Es ist wieder euer Kekko Terste, ihr auf dem Channel bei YouTube. Ja, herzlich willkommen. Ich mache mal wieder so ein kleines Announcement-Video. In den letzten Tagen war es so ein bisschen still um mich. Ich muss sagen, ja, was soll ich sagen, ne? Ich bin einfach ehrlich, ich hatte irgendwie nicht so Bock, ne? Ja, hat wahrscheinlich jeder mal von uns so eine Phase. Ja, ich habe mir so ein bisschen mal Ruhe gegönnt, habe am Sonntag den Stream abgesagt. Heute Abend bin ich dann wieder live. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob nach Plan um 18 Uhr oder erst um 21 Uhr. Auf jeden Fall spätestens um 21 Uhr bin ich live, weil da spielen wir nämlich Among Us bei Blesk mit, in der Streamer-Lobby. Und falls wir ab 18 Uhr online gehen, machen wir auch Community-Runden, ja? Mal schauen. Dazu näheres noch im Discord. Ich halte mir das jetzt noch so ein bisschen offen, ja? Okay. Das einmal zur Info. Ich habe noch so ein paar andere Sachen, worüber ich euch informieren möchte. Und zwar, äh, erst einmal hatten wir, ähm, ich glaube im letzten Monat war es ein Subgoal quasi für einen 24-Stunden-Stream. Ja? Das Subgoal haben wir erreicht. Äh, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an jenen, der das supportet hat. Mega geil. Der 24-Stunden-Stream steht also noch aus. So. Ich hatte ja schon mal so ein paar Mal angedeutet, dass wir das wahrscheinlich dann, äh, nach Weihnachten machen werden. Also der Termin für den 24-Stunden-Stream ist am 26. Dezember dieses, äh, diesen Jahres um, ich denke mal 19, 20 Uhr rum, ja? Zwischen 19 und 20 Uhr komme ich irgendwann online. Kann auch erst sein, dass ich um 20 Uhr komme. Ähm, das weiß ich noch nicht genau, okay? Dann starten wir den 24-Stunden-Stream und werden auf jeden Fall bis zum 27. dann ungefähr zur selben Uhrzeit halt streamen. Ja? Also 24 Stunden. Ähm. Wichtig ist... Achso, jo. Loll. Äh, Sly wohl. Bruder, ich hab... Ich war gerade noch im Discord. Ja, sicher. Äh, ich war noch gerade im Discord. Der muss denken, ich bin behindert. Bin behindert. Slyfei, Grüße gehen raus, Bruder. Habt dich lieb. Ähm, also. Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Also wir werden auf jeden Fall bis zum 27. Äh, Stream. Stream bis, äh, dann halt ungefähr zur selben Uhrzeit, ja? So. Und zwar, jetzt folgendes. Wichtig dazu, in dem 24-Stunden-Stream habt ihr die Möglichkeit, den Stream zu verlängern, ja? Also wir machen quasi einen 24-Stunden-Stream und streamen 24 Stunden auf jeden Fall. Und in diesen 24 Stunden alles, was an Support reinkommt, also sagen wir mal ein Sub, ein Euro oder zum Beispiel 100 Bits, verlängern den Stream, ja? So. Äh, ich denke mal, äh, für einen Sub machen wir vier Minuten. Für ein Euro eine Minute und für 100 Bits eine Minute, dann ist das halt alles gleich. So quasi, äh, ne? Von, von den Zeiten her. Ähm, wir haben das ja schon einmal gemacht. Und, äh, das war ja, äh, kam ja recht gut an bei euch, ne? Ja? Und, äh, wer Bock hat und, äh, Bock auf Support hat, kann das halt dann machen. Und, äh, der Stream würde sich dann halt je nachdem verlängern, ja? Maximal streame ich bis zum 31.12. So, ich denke mal gegen 14 Uhr rum, 13, 14 Uhr rum, weil, äh, ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, äh, diese Westernacht onstream zu verbringen, ne? Erstens schaut da eh keine Sau zu. Und, ähm, ja, das ist halt auch so ein Tag, den ich dann mal, äh, mit Freunden und so weiter verbringen möchte, ja? Also, 31.12., so gegen die Mittagszeit rum, ähm, werde ich aber bis zum 26. dann auch festgelegt haben, ja? Dass man dann bis maximal da verlängern könnte im Extremfall, ne? Also, das ist natürlich auch nur, ich sag mal, Worst-Case-Szenario, so. Oder, was heißt Worst-Case, äh, ist halt schon so das krasseste Szenario, ne? Also, ja. Und ist natürlich auch klar, dass ich in der Zeit halt nicht die ganze Zeit, äh, wach bin. Also, ich werde dann auch, äh, normal pennen, äh, sieben, acht Stunden werde ich dann schon pennen, je nachdem, wie lang der wieder verlängert wird, ne? Muss man dann halt schauen, ja? Aber erst mal 24 Stunden durchstream, ohne pennen. Und dann, je nachdem, was jetzt verlängert wurde, guckt man dann halt, ja? So. Äh, das, dazu hab ich schon mal gesagt, ähm, äh, ich hab ja so einen Zettel mir gemacht, da guck ich einmal kurz drauf. Äh, genau. So, 24 Stunden Stream, ihr könnt den Stream verlängern, pro Sub dann vier Minuten, äh, gilt natürlich auch für Gifted Subs, ne? Bis 31. Dezember um die Mittagszeit rum, 13, 14 Uhr. Ähm, genau. Dann noch ganz wichtig, Freunde, äh, an die Leute, die wir jetzt vor Weihnachten nicht mehr sehen, wünsche ich euch erstmal ganz tolle Tage mit der Familie, mit den Liebsten. Äh, macht euch eine schöne Zeit, ja? Ich wünsche euch frohe Weihnachten, und falls wir uns dieses Jahr gar nicht mehr sehen, wünsche ich euch auch einen guten Rutsch. Und, ähm, soweit war's, dass dann auch von mir eigentlich, ähm, Freunde, wenn ihr Bock habt zu supporten, dann schaut gerne mal hier die weiteren Videos in eurem YouTube-Channel euch an. Wir brauchen noch ein bisschen Wiedergabezeit für die YouTube-Partner-Bewerbung. Wir sind da jetzt bei knapp 1700 Stunden, und uns fehlen noch 2300 Stunden. Und, äh, das wäre ein Traum, wenn wir da im nächsten Jahr, irgendwie, weiß ich nicht, Januar, Februar, die YouTube-Partner-Bewerbung abschicken würden. Äh, also, wenn wir das machen könnten. Und, ähm, wenn ihr da halt, äh, ja, die Videos euch mal reinzieht, oder die Videos halt stumm einfach abspielt, es gibt Playlists, zum Beispiel von der Among Us Streamer-Lobby, da könnt ihr gerne mal durchlaufen lassen, wenn ihr Bock habt, ja? Ansonsten bei YouTube ein kostenloses Abo könnt ihr da lassen, ihr könnt über den Amazon-Ref-Link supporten, falls ihr bei Amazon einkauft, oder über die Amazon-Wishlist, falls ihr mir noch irgendwie was Kleines zu Weihnachten schenken wollt, oder so, da haben ein paar Leute nachgefragt. Und, äh, ja, das war's soweit, wir sehen uns dann heute Abend auf Twitch. Ich danke euch vielmals, ähm, und, ja, wünsche euch ein paar schöne Tage, ne, und hoffe, wir sehen uns dann, ne? Macht es gut, Freunde, und bis bald, ne? Kuss geht raus. Ciao, ciao. Kuss geht raus.